Moin Moin und Willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Lost and Random Dicey steht schon bereit. Hier gibt es nämlich wieder ein, wie man sieht, glaube ich geht es wieder um ein Brettspiel. Es ist eine Falle, wir sind hier durchgelaufen und war es eine Falle. Das haben wir in der letzten Folge gesehen und jetzt gehen wir wieder hier rein und gucken, was passiert. Los geht's. Rollt die Dice und legt das Spielspiel in die Struktur der 2. Moin. Das kann nicht richtig sein. Ich klebe gerade einen Karamell im Mund. Warte mal kurz. So, bei diesem Brettspiel musst du mit der Spielfigur das letzte Feld erreichen und Bürgermeister rückwärts den Mond zerstören. Du musst drei Arenen meistern, um das Ende zu erreichen. Okay. Ab und an erscheint eine Karte, der ein Gegner entspringt, um deine Spielfigur aufzuhalten. Hast du diesen Gegner besiegt, verschwindet die Karte wieder. Bezug zu diesem Plan bekommst du einen Einerbogen. Cool. Landet die Spielfigur auf diesem Feld, fliegen einige Vögel mit Bomben über die Arena. Sie werfen ihre Bomben ab, wenn du unter ihnen stehst oder auf sie schießt. Die Spielfigur ist blockiert von einem Adversarier. Destroi den Adversarier, um zu erledigen. Okay. Geh! Geh ihn, Dice! Geh da! Geh da! Huch! Da kam der Vogel angepleitert mit dem Ding. Okay. Und würfeln wir mal eine Runde. Schnellziehung, ne. Na, guck mal. Jetzt haben wir hier. Also das Schwert ist auf jeden Fall gut. Und den würdest du auch, wenn ein Spielfigur vorhanden ist, bewegt sie sich um ein weiteres Spielfeld. Dann zieh erneutig. Versuchen wir mal. Das möchte jetzt so funktionieren, ne. Na, guck mal. Das bringt uns natürlich jetzt nicht so viel. Aber es ist ja ein Spielfigur auf dem Feld. Aber wir können natürlich den Typen jetzt da angreifen. Das machen wir mal. Und zwar holen wir uns gleich schon mal so ein paar neue. Ja. Okay. Hm. Blinzellangriff ist eigentlich nicht schlecht. Das machen wir mal. Was war das? Kristallflug ist hauptsächlich sogar noch besser. So, mehr können wir nicht machen. Das macht doch nichts. Über da! Über da! Dann können wir mich auch zur Strecke bringen. Und werfen wir nochmal. Oh! Diese Wände, die halten dann schon so ein bisschen auf zwischendurch immer, finde ich. Na, eine Bombe. Schade. Das bringt uns nicht so viel jetzt gerade. Ich kann meine nächste Runde benutzen. Jetzt gerade macht das nicht so viel Sinn. Oh! Oh! Über da! Oh! Oh! Der ist weg. Sehr gut! Über da! Kristallflug ist schon ganz gut hier. Wie das hier klein ist. Wer kommt da von denen? Na, jetzt haben wir kein Kristallflug mehr, ne? Ist das zu Ende. Okay, dann werden wir mal. ein Dreierschwert. Okay. Ein Dreierschwert. Hm. Ein Dreierschwert reicht. Ja! So! Nächste Runde. Da ist sie. Oh, oh! Oh, oh! Hey! Wie cool ist der denn? Der trifft den Däuber da. Nächste Lauf da! Nächste Lauf! er scoredd Stps Ausweiter, dass der Kuss nachvoll unfinished hat. wenn ich schlecht machen wir mal will ich haben stellen wir mal hier wir machen das auch noch mal hier und jetzt schießen wir noch mal kurz den ab das ist nicht einfach mal vorwärts jetzt mal die playing piece is blocked by an adversary destroy the adversary to advance ja 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 so das ist super was so dreierschwert so so was gibt es denn hier noch mit Linzelangriff Wir müssen den Typen ja erstmal weg haben Damit unsere Figur weiterziehen kann Eine Bombe macht hier viel Sinn Oh Wir müssen mal hoch Wollen wir überleben So, dann stellen wir uns hier hin Und los geht's So, dann müssen wir ein bisschen Würfel würfeln So, dann lassen wir uns mal den da oben So, dann haben wir mich weggeschuckt So, dann müssen wir den Gegner da oben noch weg haben Ach man Ich treffe ihn gar nicht Okay Da jetzt Okay, wir müssen schon aufpassen Hier, werf mal Er bringt mir gar nichts Können wir machen, aber er bringt mir ja nichts Boah Ich hab mal kurz hier mit dem So, jetzt müssen wir mal gucken So Okay Dann haben wir die alle besiegt hier automatisch, ne Das ist immer gut So, jetzt haben wir die trotzdem mal da oben noch ein So Letzte Runde hier, ne Hopp ich zumindest Den da oben ist man killen Okay Mal gucken, ob wir ein bisschen Leben bekommen hier Das haben wir nicht Aber wir können das Schwert nehmen Wobei Der sitzt da oben Da kommt natürlich nicht hin zu dem Oh nein Blöd Destroy the adversary to advance Was ist das? Da ist auf jeden Fall ein bisschen Leben bei, das ist schon mal gut, das nehmen wir uns mal. Gucken wir noch einen hiervon machen. Dann schwimmen wir mal kurz, der kann hier unten die Leute ein bisschen platt machen. So machen wir hier durch und dann hier. Und wir gehen jetzt hier hoch und bekämpfen den Typen hier auf der anderen Seite glaube ich. Hast du ihn direkt einsammeln eigentlich? Okay. Und los geht's. Ach guck mal, der macht die alle platt. Ach guck mal. Ach guck mal. Die blockenden Enemie haben getötet. Finde ich glaube ich gar nicht so schlecht, wenn die hier irgendwo abladen. Hier vielleicht. Ach wieder. Warte, haben wir denn hier ab. Geh's aber. Geh's aber zu Hause. So. Noch so ne Typ, warte mal, der ist noch nicht ganz gut. Jetzt aber. So, wer wollen wir nochmal? Ah, das ist echt gar nicht so leicht hier. Den brauchen wir auf jeden Fall. Und leben. So. Dennoch müssen wir auch endlich killen. Incoming for first. Weg, 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 die Bomben. Verdammte Axt, ey. Ah, das ist ein Leben dabei. Das ist schon mal gut. Das wird so eng hier alles hier. Wir müssen uns ein bisschen hier weg gehen, damit wir die da treffen, bevor uns die Bomben da oben treffen. Okay. Wenn wir ihn jetzt von hier unten irgendwie abnatzen können. Oder vielleicht von hier oben, da sind die anderen noch nicht bei uns. So. Letzter Würfel. Wenn wir ihn jetzt machen. Dann können wir ihn aber abschießen bei hinten. Our flagged peace has broken the wall. So. Okay. noch über hier durch wirken ja dann gucken wir mal was wir da rausbekommen also auf ok dass da ist ja das ziel das heißt wir können soll es gewesen sein oder 175 münzen währung für den karten land von manny deck im mond das war glaube ich nicht in der sache da könnte es recht haben das natürlich doch ja das natürlich blöd für uns aber so ist das man kann ich alles haben oder kommt an die kreatur wir haben zwei bürgermeister zweitem mond zerstört das sind wir auf jeden fall oder vorsichtig können immer sein so wir können aber hier zum mannidex so mannidex du kannst du mal irgendwas geben was gibt es denn noch hier so feines da ist mir wandelt sich in einer tickne bombe er explodiert nach neun sekunden ach so wir dürfen nicht in der nähe von der explosion sondern sonst sterben wir hand des königs beschwöre die mächtige faust eines königs der jeden gegner der sich vorhin befindet einen schlag besetzt und fluch ein fluch der gegner in seinem umkreis schwächt der fluch wird nach 20 aufgehoben ach weißt du welche kaufensie zeit machen wir mal warum nicht so jetzt machen wir können unseren kartenspiel mal angucken hier so stapel vervollständigen ok zu viel ok 15 15 so was wollen wir noch drin haben wir haben schnellziehung über eine hat alles drin also gesundes elexier ok gesundes elexier kann man nicht genug haben dreierschwert ist auch ok glückliches händchen ich nehme mal kurz ein paar sachen weg hier so jetzt haben wir hier noch alles wir können noch so einen ich nehme noch ah da haben wir keine mehr von ok was ist das das ist dieser kubus den finde ich ganz cool den nehmen wir mit die bombe nehmen wir auch mit den einer bogen den haben wir schon drin den brauchen wir noch gar nicht weil wir auch keinen dreierwürfel haben deswegen ist es unnütz den drin zu haben das hatten wir auch schon ich nehme mal diese bombe mit von exklusiven würfel wir nehmen mal diese dreierbomben auch mit ach ne brauchen wir nicht das ist ja quatsch da kann man nur drei würfeln die hand will ich dabei haben den will ich dabei haben den fluch nehmen wir mit blinzelangriff ist auch gut was ist das denn schmiede blinken mit einem blinzel aus einem würfel verringert sich die lebensdauer deine waffe für kurze zeit nicht ah ok wäre auch nicht schlecht den auf jeden fall den nehmen wir auch mit schmiede 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 weiter ja jetzt komme ich auch raus ok super so lass mal kurz gucken hm schmiede Ah, den würfel würfeln, den würfel würfeln Was? Hab ich nicht gelockt? Wahrscheinlich war er ganz clever von mir Warum mach ich das? Was müssen wir noch schaffen hier? Papier benutze ich nicht nochmal, das ist ein total dummes Viech eigentlich Was ist das? Wir haben alle gekillt hier, oder? Na komm Was haben wir dafür alle hier? Okay, würfeln, wir nochmal Und die nehmen wir auch die Hand, und zwar stellen wir die genau hier hin Was ist das? 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 Oh Nein, der ist mir stärker hier, der Typ, ne? Ah, der trifft mich jedes Mal halt also Was ist das? 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 Oh Oh Yes Was ist das? Das bringt uns gar nichts, aber egal Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? einmal kann ich noch und dann werfen wir den Wüffel Belohnung, explosier Wüffel, ja toll ich kriege eine Belohnung, das ist ja auch geil die habe ich gekauft, das scheiß Teil nur gut ich guck mal was da drin passiert kommt hier noch Geldabstaub irgendwo ich ziehe ja keine Münzen, nö ah hier renn wir da rein oh, jetzt bin ich gespannt so, guck mal was da passiert oh, hallo da, Evan du little monster wie bitte du kommst hier in eine Stadt fulle von strangers und das erste was du machst ist, dass du meine wunderschönen oh, Evan oh, Evan you've made me very angry look if you'll just give me the eyes I'll these eyes you want me to give them to you I'm not giving you anything child but you promised when I gave you rhymes you said I earned them and oh, you have earned something take a deep breath even because it's the last thing you'll ever take from anyone foolish little girl you're going to lose because I rhyme tight when I follow my personified force of creativity so'n cooler Hip-Hop-Rapper wird er wahrscheinlich nicht mehr no, Muse I was gonna say Muse stop robbing me of my rhymes before I get to them only I may ride this lyrical flow got it okay, los geht's da okay, lasst ich mal oh haut der dazu oh ich gerade durchgekommen was brauchen wir denn da und wo ist noch nicht schlecht ups so, dann haben wir die Dinger ein da ja geh'n so ausweichen das kann man gar nicht ausweichen geh'n über da Dinger über da das ist doch gut damit können wir auf jeden Fall ein bisschen Schaden zufügen das ist doch gut damit können wir auf jeden Fall das ist doch gut okay, das war okay, das war all right time to rhyme battle I hope your loved ones are ready to cry because in a few moments you're going to die sterben die das ist gut oh dann wollte ich durchspringen klappt doch nicht so wie ich wollte so was sollen die noch gerne den Fluch was machen wir den Einerbogen finde ich gut und oh so jetzt können wir so was wir brauchen haben wir echt gar nichts Leben nehmen das bringt uns eigentlich nichts da müssen wir noch so 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 alter ich hätte mich treffen müssen einer bogen ist gut und auch nicht leben bleibt pass auf die 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 Schauen wir uns, wie du das anhandelst. Du dachtest, du warst ein König, aber du bist ein Knapp. Und ich werde dich in eine early... early... death hole. Ich war da. Ich werde da in einen Moment kommen. Ich werde da in einen Moment kommen. reisen die kunden der kristallflug nur das ist natürlich durch das nicht besser das zu machen so was haben wir jetzt noch für ihn trotzdem leben und dann kann es gar nicht bewegen so tight zu hauen reime monster sage ich nur der ist echt schlecht im reimen das kann er überhaupt nicht was haben wir jetzt noch was wir werben können eine bohung ist natürlich nicht verkehrt Meine Eltern wollten nie, dass mir Unheil droht, aber ich wünschte mir Evans Tod. Silence! Ich werde darauf achten, dass ich irgendwann. Oh. Get him, Dicey! My robots will reduce your steam to gelatin, leaving nothing but a gleaming white dirt. If bad rhymes were deadly, you'd be invincible, Rhyam. Okay, jetzt aber. Mal gucken, was wir machen können. Ah, was anderes wäre cooler. Was ist das denn hier? Für die Lebensdauer, deine Waffe, ja, das bringt mir nichts. Wir müssen eine Waffe nehmen. Schnell hier durch. Oh. Ah! Wir haben hier verstanden. So. Die Hand und das Schwert wieder. Ach, warte mal. Machen wir das Schwert ein bisschen stärker und die Hand schicken wir jetzt hier durch. Genau hier. Ah, warte. Hier ist besser, glaube ich. Oh. Oh. Was ist das? Was ist das? Oh nein. Oh, f***. Oh nein. Oh, wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Oh, wir müssen auch schnell leben nehmen hier. Sonst wird es echt eng. So. Oh. Hat sie mich wieder erwischt? Nehmt da noch einer? Warte mal. Schraube her, Dicey! Ich hoffe, dass die Leute nicht denken, dass du zu schade bist, wenn sie herausfinden. Ich hoffe, dass du zu schade bist. Nein, 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 ich will nicht zurück, ich kann nicht zurück. Das ist nicht fair und du, mein Freund, verängerst mich sehr. Vielleicht ist es Zeit für deine Rückkehr. Ich kann dir nicht helfen bei diesem Hin und Her. Leg dich mit mir an, du hast es schwer. Ah, du hast die Augen. Ich bin zurück, mein Freund. Yes! Sauber. Wow, ganz schön harter Kampf eigentlich, muss ich sagen. Der kolossal und verrückende, upside-down-Mayer war jetzt in einer anderen und schönen Mayer-Mayer-Head. Auch Dicey hat einen tollen Job gemacht. Und ich war ein tolles Job, es zu narrieren. Nicht, dass sie es nie wussten. Wir haben es geschafft, Dicey. Wenn es dir nichts ausmacht, hätte ich ein paar Fragen. Wie viel passt eigentlich in dich hinein? Geile Sprache, ne? Ich schätze, sie sind meine Augen auch nicht größer als die Bomben, die du da drauf warst. Bist du bereit für Dreiheit? Stell dir vor, ein Krieg, der schon so lange dauert. Warst du schon immer so gut im Würfeln? Du kämpfst, Sky? Du kannst wegen mir kämpfen? Ich nehme die Dinge einfach, wie sie kommen. Die Königin wird außer sich sein, wenn der Pferd, dass ein neuer Würfel in der Stadt ist. Okay, Dicey, auf geht's. Eva hat gelernt, dass die Welt sogar strangerer war und mehr gefährlicher als in den Storien, die ihre Mutter ihr erzählte. Aber sie hat auch gelernt, dass sie nicht zufrieden, dass sie es komplett alleine hatte. Okay, gut, dass du auf meine Seite bist, Dicey. Now, all even and Dicey had to do was return the eyes to Seymour. With his vision restored, he'd be able to give Dicey his third pip, which would be all they needed to open that infernal, mysterious gate to three town. Belohnung. Die beiden großen Glutzaugen von Siegmann, den Punktologen. Sie sind ziemlich glücklich. Okay, dann können wir jetzt hier zurück. Da, komm noch rein. Hast du ein bisschen Kohle holen für uns, Dicey? Jetzt, ich werde dir ruhig sein. Perfekt. Okay, wir haben auch nicht alles gefunden, ja? Gut, dass du wieder hierher bist. Auch so. Er ist immer noch ein Teil von mir. Nur einer, der hat über Kontrolle gestohlen. Ich glaube, das verstehe ich. Without him, I'm not the same. But with him, I'm accomplished. He says hello, by the way, even. He says he hopes to see you again. Ja, das glaube ich. Wir sagen mal, auf Wiedersehen, Herr Bürgermeister. Goodbye, even. Du wirst immer meine Dinge haben. Ein bisschen nach Abram Lincoln, der so nachgebaut, ne? Ändere nach dem Zulass, wenn sie die Kosten der Karten auf deiner Hand, sodass sie kostenlos oder doppelt zu teuer werden. Oh. Das ist natürlich... Sieht ja cool aus. Ja, das ist besser. Ja. Ja. Und wie bei diesen Pips, wenn du es nicht interessiert, ist es nur ein bisschen Präzision, die am meisten Finesse und... Jetzt haben wir endlich einen Dreier. Also, hört sich auch cool an, jetzt haben wir endlich einen Dreier. Danke, dass du meinen Freund vorbereitet hast, sieht man. Hey, mein Pfeil. Gängersheen, kannst du Dicey noch mehr Punkte geben? Äh, ich meine... Ich glaube, ich könnte. Es gibt Raum für mehr. All over random, there are mythical creatures hiding from the Clutches of the Queen. Difficult to find, but they may have some. Keep your eyes peeled. In senses? Even sharper, even... Oh, und remember, all this Dice-Business? Shh, it's our secret. Okay. What are you gonna do now? I know you'll find her even. You found my eyes. They're probably way smaller than your sister, right? Das stimmt. Oh, there you have it. Well, I wish you well on your next adventure. And if I could give you some semi-solicited advice. Natürlich. Every roll of the Dice matters. But not every roll counts. Danke. Anytime. Bye, even. I'll miss you. But I'm sure we'll see each other again in far off places. Okay, wir können jetzt den Würfel hier würfeln. Sieht man, hat Dicey auf 3 aufgewertet. Jetzt müsste Iven die Türen auf 3 aufbekommen. Ist nur die Frage, ob wir das wollen. Wir machen es auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter, denn wir machen die Türen auf jeden Fall auf. Aber hier sind nur noch ein, zwei Aufgaben, die wir lösen können. Vielleicht machen wir die auch als erstes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, lasst mir doch ein Abo da oder kommentiert. Und wenn ihr richtig Lust habt, dann abonniert doch auf meinen Kanal. Vielen Dank. Und bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.